Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Mineralstoffe im Körper. Es ist vorgesehen für den Leistungskurs der Kursphase der Gymnasien. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Erstens, was sind Mineralstoffe? Zweitens, Einteilung der Mineralstoffe. Drittens, wichtige Mengenelemente. Viertens, wichtige Spurenelemente. Und fünftens, Zusammenfassung. Erstens, was sind Mineralstoffe? Vielleicht sind dies Mineralstoffe. Nein, hierbei handelt es sich um Minerale. Damit aus Mineralen Mineralstoffe werden, ist es notwendig, dass die chemischen Elemente als Ionen vorliegen. Damit Minerale, solche, die man als Salz bezeichnet, ionisiert werden können, ist Wasser notwendig. Und schon erhält man ein großes Spektrum an Ionen. Diese können vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Und sie sind für ihn notwendig. Man nennt diese Ionen dann Mineralstoffe. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.